Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Dankeschön! Dankeschön! Herzlich willkommen zu NurGefragt! Ja, einige sitzen jetzt wahrscheinlich vorm Fernseher und denken, was ist denn los? Hat sich der Alstmann die Haare schneiden lassen? Hat sich die Westermann umoperieren lassen? Nein! Die beiden haben nach circa gefühlten 100 Jahren zimmerfrei offenbar genügend Geld zusammen, um sich eine eigene Wohnung leisten zu können. Sie suchen keine Mitbewohner mehr. Und das hat niemand mehr erschüttert als mich. Weil ich hab gedacht, was machst du jetzt mit diesem Sonntagabend? Das hat die ganze Struktur meines Wochenendes vollständig zerstört. Und dann dachte ich, plötzlich hatte ich die Lösung. Plötzlich dachte ich, Mensch! Machst du deine eigene Sendung? Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... In dem Sinne ist es ja gar nicht meine eigene Sendung, weil ich bin doch hier nicht alleine. Wir haben gedacht, wir diskutieren etwas. Wir müssen reden, haben wir gedacht. Über philosophische Fragen, über ethische Fragen, gesellschaftliche Fragen, Stilfragen nicht zuletzt auch. Und das mach ich zusammen mit vier Philosophen, die ich eingeladen habe. Bei mir heute Monika Gruber, Torsten Sträter, Olaf Schubert, Sebastian Kuffbach. Dankeschön. So, wir können im Grunde anfangen, oder könnten im Grunde anfangen, weil alle haben was zu trinken außer mir. Das find ich scheiße. Ah, da unten. Bei mir haben wir uns unter den Tisch verschenkt, die denken ich so auf heimlich. Prost! Das ist nämlich eigentlich die zentrale Ursache, warum wir diese Sendung gestartet haben. Wir wollten mal schön im Fernsehen was trinken. Prost! Es geht um existenzielle Fragen und die sind oft nüchtern, gar nicht zu ertragen. Zum Beispiel die Frage, darf ich einen Arzt auf einer Party um eine Diagnose bitten? Also eine Frage, die ich jetzt gar nicht so richtig beantworten kann, weil ich bin kein Arzt. Aber mir geht's schon um den Sack, wenn neben mir einer steht und sagt, es juckt hier so, was soll ich tun? Und ich weiß, es ist ein Gynäkologe im Raum. Also, das muss ich vielleicht ganz kurz erklären. Ich bestimme, wer hier welche Meinung zu haben hat. Und deswegen, Olaf Schubert und Sebastian Puffball sind dafür. Man darf einen Arzt auf einer Party um eine Diagnose bitten, aber Torsten Sträter und Monika Gruber sind strikt dagegen. Absolut. Aber wie willst du als durchschnittlicher Kassenpatient überhaupt noch am Arzt rankommen? Also im Grunde genommen... Olaf und ich zum Beispiel, wir machen das regelmäßig, also wir werfen Partys, also wir richten sie aus, laden ganz viele Ärzte ein, um allein einfach die Wartezeiten dadurch zu verkürzen. Das ist das Einzige, was einem im Grunde genommen heute noch außer Pfandsammeln übrig bleibt. Und ich glaube, dass es das ist, was die Ärzte am Leben erhält möglicherweise, weil die praktisch jede Party auch noch privat abrechnen. Sonst hätte der Chirurg... Naja, und der Chirurg hätte ja keine ruhige Hand. Also die kommen ja von uns, von der Party mit zwei Promille und dann können die wirklich, dann haben die, dann haben die Handstand. Und wie oft habe ich das gesehen, wo ich bei euch eingeladen war und es wurde am Küchentisch operiert? Am Anfang ist man irritiert. Eine Top-Narbe. Aber was spricht dagegen? Ich selber habe, und ich kann das ganz klar sagen, mal auf dem Wiener Opernball meine Hämorrhoiden nachgucken lassen aus dem Stand. Es hat keinem gut getan. Am Wiener Opernball? Ja, tatsächlich. Das bringt nichts. Ich meine, auf der Party fragen, logisch, wenn der Arzt sagt, du hast noch drei Stunden zu leben, was willst du denn da erst nach Hause gehen? So. Minutenentscheidend. Nö? Richtig, aber... Es ist... Letztendlich unrealistisch. Ich würde das gar nicht hinkriegen. Eine Party ausrichten, Ärzte einladen, weißt du welcher Urologe hat Bock auf Flaschen drehen. Ich mache auch keine schönen Partys, das muss man dazu sagen. Ich leg dann Bartha Illich auf, da kommt keiner. Gas- und Wasserinstallateure, ja. Aber die helfen hier nur ganz selten weiter. Also ich muss sagen, es bringt nichts. Geh zum Arzt. Ich finde, dass der Hinweis, geh mal zum Arzt, ein schönes Ende für eine Frage ist. Weil er einfach ein konkreter Ratschlag ist. Und das wollen wir hier leisten. Finde ich. Wir kommen zur nächsten Frage. Darf man sein... Das ist eine angenehm dämliche Frage. Obwohl, warum nicht? Das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich viele Menschen, die ich nicht kenne, stellen. Darf man seinen Hund vegan ernähren? Ich bin sicher, dass Thorsten Sträter und Monika Gruber dafür sind. Ja. Und Olaf Schubert und Sebastian Puffer sind streng gegen vegane Ernährung für Hunde. Ich bin kein Hundefreund. Ich würde sagen, es gibt Hunderassen, die sollte man gar nicht ernähren. Also... Das ist... Genau das ist es. Aber der Frage steht der Hund zu sehr im Mittelpunkt. Wir sollten uns vielmehr um die Möhre uns Gedanken machen. Das Gemüse, was an den Hund verfüttert wird, das hat ja auch Gefühle. Also dementsprechend nein. Nein, 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 nein. Da denken wir nicht weit genug. Den Blick über den Tellerrand, ganz, ganz wichtig. Über den Napfrand. Über den Napfrand. Sehr gern. Sehr gern. Was sind wir? Wir sind pro. Wir sind pro. Wir sagen vegetarisch. Vegan. Vegan sogar. Ja gut, dann nur Grünzeug für den Hund. Dann kannst du, wenn er dich auf die Straße kackt, das muss er auch nicht auffischen. Das pflückst du dann quasi. Und das halte ich für eine sehr saubere Lösung. Das war eh so ein Wahnsinn. Also jetzt noch zu Hause zu sitzen, was kann ich dem Hund kochen, was nicht? Der Chinese fragt sich, wie koch ich den Hund? Also das ist ja viel sinniger eigentlich. Das ist ja nicht der Chinese, sondern mehr der Vietnamese. Der Vietnamese. Ich glaub, die machen das viel mehr. Kriegt dann der Hund auch so einen Apfel vornherein, wie bei uns das Schwein? Und ist das dann ein veganer Hund, wenn er einen Apfel macht? Ist er dann vegan ernährt? So schließt sich der Kreis. Ja, so ist alles zauber. Und das ist auch ein schönes Ende für eine Frage. Wenn sich ein Kreis schließt, dann wissen wir, wir haben etwas gelernt. Kommen wir zur nächsten Frage. Darf man seine Organe mit ins Grab nehmen? Das ist eine interessante Frage, weil wenn du sie vorher gespendet hast, kommt ja dann ein Interessenskonflikt. Also nehmen wir mal an, du hast eine Niere gespendet, stirbst und sagst, ich hätte aber gern die Niere wieder zurück. Also dann müsste man konkreter werden. Ich würde meine Organe ehrlich gesagt nie spenden, bevor ich sterbe. Ja. Das kommt ganz auf die finanzielle Situation an, oder? Das stimmt. Das muss man sich erst mal leisten können. Ja, also weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Sie klatschen hier einfach fröhlich drauf los. Es gibt Länder, da kriegen sie für eine Niere 50.000 Euro. Gucken Sie sich mal, hier sind einige Gesichter, die gerade anfangen zu rechnen. Das ist ein Mittelklassewagen mit selbst einparkenem Gedönse und sowas. Und wenn man die Familie gleich mitbittet, ist es sogar ein Luxusklassewagen. Das stimmt, da kannst du sogar noch die. Finde ich nicht schlecht, aber das ist gut. Ich habe zwei Kinder, das sind 100.000 Euro. Und ihr seid dagegen, ihr würdet Organe nicht ins Grab nehmen, ist das richtig? Wir gehen soweit. Sebastian Puffpaff und Olaf Schubert sind gegen... Wir sind dafür. Wogegen bin ich jetzt nochmal? Ihr seid dagegen, Organe mit ins Grab zu nehmen. Also es gibt im Grunde genommen quasi einen Zwang, bevor du ins Grab gehst, wirst du ausgeräumt. Ja, sozusagen... Wird das verkauft oder gespendet? Wie am Schrottplatz? Am Schrottplatz wird ja auch dann, wie nennt man das, ausgeschlachtet. Ja, aber wird das dann verkauft oder gespendet? Das würde ich noch ganz gern wissen. Das kommt darauf an, ob es das Rote Kreuz macht oder die Caritas. Ich kann klar sagen, also wirklich, klingt engstirnig, aber ich gehe ohne meinen Penis nirgendwo hin, nicht mal in die Grube. Und das ist gar nicht von mir, das ist von Paolo Coelho. Ein Originalzitat. Wirklich? Ich würde es nicht machen. Will ich nicht. Ich würde gerne meine Leber behalten. Die habe ich mir so schön breit gesoffen, mit der möchte ich ins Grab gehen. Es wird ein bisschen ein Problem, weil ich möchte verbrannt werden. Ich glaube, bei dem, was ich getrunken habe, müssen mich erst mal drei Wochen zum Trocknen raushängen. Ich glaube. Aber ich bestehe darauf mit all meinen Organen und meinen Schuhen fällt mir auf, ins Grab zu gehen. Aber bei der Frau ist der Schuh ja ein Organ. Das wollte ich gerade sagen. Ich finde, die Schuhe sollten zum Organ ernannt werden. Wenn es doch einen Gott gibt, so einen Schöpfer, und du trittst als total leergeschaufelter Eumel vor den Thron des Herrn. Ohne Augenpimmelpansen stehst du da. Ich meine, was gibst du letztendlich für ein Bild ab in deinem Taco-Jogger? Das ist doch die letzte Scheiße. Ich sage, nimm, es ist ein hartes Bild, aber letztendlich stimmt's. Das stimmt. Denk dir mal nach. Würdelos. Würdelos. Eins, bei den Ägyptern, die wurden ja dann mumifiziert, also zur Mumie gebastelt, die wurden ja auch quasi leer. Ja, nur die Hülle. So. Und mir persönlich wäre es auch egal, ich habe sowieso keinen Überblick, was da drin ist. Also insofern würde mir nicht auffallen, wenn was fehlt. Und wenn man einem Bedürftigen damit noch was Gutes tut. Eine Freude machen kann. Eine Freude machen, natürlich. Ihr habt mir eine Leber mitgebracht, wie süß seid ihr denn? Oder einen Penis von Thorsten Sträter. Sollte nicht mal diskutiert werden, dass jeder ist eigentlich verpflichtet zu spenden, oder man kann dann halt Widerspruch einlegen? Das wurde doch sogar politisch mal diskutiert, oder? Ja. Finde ich super. Dass man einen Spruch einlegen muss, jetzt wird's richtig ernst, oder? Dass man einfach von vornherein sagt, ja komm, jeder gibt immer alles, es sei denn, du sagst, nein. Man muss sich explizit im Internet abmelden. Ist das schon so weit? Nein, so müsste es sein. Achso, richtig. Nach dem Motto, Freunde, ich bin raus. Also aus der Organspende, nicht aus dem Internet. Finde ich gut. Ja, oder du kannst es dir aussuchen. Jeder sucht sich ein Organ aus und dann sitzen die bei so einer zentralen Sammelstelle, machen so einen Umschlag auf, scheiße, schon wieder im Blinddarm. So was, das fände ich lustig. Das wäre auch spannend. Und ich bin ja katholisch erzogen worden, also katholisch zugerichtet sozusagen, glaube aber an Wiedergeburt. Meine katholische Mutter übrigens auch. Und wenn du jetzt quasi ausgeräumt wirst, also organmäßig und wiedergeboren wirst, von wem kriegst du dann die Organe? Wir haben das Feld des Glaubens betreten. Und es wird doch sofort still. Es wird doch total eisig. Als du schon gesagt hast, du bist katholisch, habe ich schon gemerkt, die ersten Leute sind uns weggebrochen. Eigentlich passt das schon sehr, sehr, sehr gut zur nächsten Frage. Muss man Angst vor dem Alter haben? Ja, sagt die Fraktion mit der Dame sozusagen. Nein, sagt die Fraktion mit denen, bei denen man das nicht genau weiß, wo man sie zuordnen soll. Weil wir zeitlos sind. Weil wir zeitlos sind. Ich fühle mich jetzt schon alt. Also das kommt dazu. Ich arrangiere mich. Ich spüre jetzt schon, der Körper will runter. Ich höre jeden Tag, wie der Humus mich ruft. Es ist der Weg. Ich höre das auch manchmal, aber dann dusche ich und dann ist es weg. Ja, das ist wieder was Religiöses. Auch das Alter hält, sag ich mal, genüssebereit. Also ich finde es total gut. Das klingt immer so, eine 30 Jahre jüngere Freundin, das geht mit 25 noch nicht. Also, da muss man erst mal dranbleiben. Ganz schlimm diese Vorstellung war für mich, Johannes Heesters hatte eine Frau, die war über 40 Jahre jünger als er und sie war trotzdem über 60. Ich war mir auch ziemlich sicher, dass Johannes Heesters nicht von Silber stirbt, sondern gefällt werden muss. Aber dann hat das ja irgendwie, ich meine das nicht böse, ich lese halt nur viele Bücher. Man muss, äh, muss man Angst vorm Alter, ja Respekt, man muss Respekt vorm Alter haben. Warum? Ich weiß nicht, ähm, weil, die fragen dich zum Beispiel im Mediamarkt, wenn du dir so ein Ballerspiel kaufst. Früher, weißt du, haben die mich gefragt, ob ich alt genug bin, dazwischen haben sie nichts gefragt und jetzt lachen sie nur noch, wenn ich da mit Call of Duty stehe. Ich habe eigentlich keine Angst davor alt zu werden, ich habe Angst davor, eines morgens aufzuwachen und eine Kordrose anzauen, dann hänge ich mich auf. Dann ist vorbei, weg bin ich. Und das ist halt die größte Furcht, die in mir brennt. Weg, sofort. Aluleiter, Draht. Es ist so. Aber... Kurt macht alt. Nicht bei dir, Schatz. Nicht bei dir. Nichts macht so alt wie Kurt. Ich kann das ruhig sagen. In Texas können vierjährige Brandwein kaufen, wenn sie eine Kordhose anhaben. Und das solltet ihr klarmachen. Das habe ich mir ausgedacht, sicher, aber es klingt wahr. Und das zeigt dir, wie alt Kurt wirklich ist. Nichts macht so alt wie Kurt, außer das Alter und Kurt. Das sind zwei Sachen. Das macht wahnsinnig alt und es trägt auch auf. Es trägt auf, es ist unfassbar. Raute macht jung. Raute, es kommt drauf an, wer du bist. Manchmal nervt Raute auch nur. Aber in diesem Falle... Wie ist das denn für dich, Monika? Heute stehe ich auf, mir hat früher nie was wehgetan, bis ich 43 war. Jetzt. Ich wache morgen auf, es ist alles gut. Heute tut mir nix mehr, es ist wunderbar. Dann dreh ich mich einmal kurz. Ah, doch, doch, tut weh. Pass auf. Dann stehe ich auf, gehe zum Spiegel und denke mir... Das bin ich. Ich stehe dazu. Und früher habe ich meinen Liedstrich. Das kennt ihr Männer nicht, aber das ist das, was hier am Augenwimpernkranz ist. Das habe ich mir einfach so wirklich freihändig lockerflockig aufgetragen. Heute muss ich den obersten Liedlappen aufhalten, male es hin, lass ihn dann herabsinken. Und merke ich habe zwei Liedstreber, der andere babbt hier oben. Ich sehe... Das ist wirklich... Ich bin... Es ist traurig. Ich weiß... Du hast so kleine schwarze Hexenhaare, wo du plötzlich im Vergrößerungsspiegel 1 zu 15 sagst, was ist das hier? Und du reißt es raus und du kriegst es auf einmal gar nicht raus. Und es ist so lang, es ist schwarz und störrisch. Du denkst dir, ich verwandle mich in eine Hexe. Oh mein Gott, ich will nicht alt werden. Aber ist okay. Ich komme damit zurecht. Ich werde irgendwann einen jugendlichen Pfleger haben. Sehr bald sogar. Und er wird ausschauen wie Olaf Schubert und er wird reden wie Olaf Schubert. Ja, aber alter... Ich meine, vorher sterben ist er in jedem Fall beknackt, oder? Irgendwie. Also Leben ist in jedem Fall irgendwie erstmal cooler. Also im Alter hast du eben. Im Alter bist du so ultimativ cool. Also ich meine, allein wie alte Leute ja Auto fahren. Das ist ja so viel cool. Also das auch einfach ganz links, mal mit 60 km h. Ja. Auch mal raus aus dem System, nicht zuhören. Raus aus dem System. Ein 40 Tonner, Blinker links. Da sollte man sich eine dicke Scheibe von abschneiden. Und wir müssen uns drauf einstellen. Wir wissen ja, die Gesellschaft überaltert. Die Menschen werden immer älter, immer weniger Jugend. Das ist ja so das Motto. Null Bock auf Friedhof. Alle sind bis ins hohe Alter, elastisch, stehnbar, sportlich, fit. Turne in die Urne. Was wollte ich eigentlich sagen? Aber war gut, war gut, mach weiter, mach weiter. Wir müssen uns drauf einstellen. Und das Problem ist ja die Altersarmut. Wie reagiert die Gesellschaft darauf, dass immer mehr Menschen alt sind? So und damit kommen wir jetzt wieder zu den Nieren. Wenn du zwei hast, kannst du eine ab 65 verkaufen. Dann hast du 50.000 Euro. Das hält so bis 72. Dann gehst du langsam Richtung Lungenflügel. Niere. Hatten wir Leber. Teile davon. Dann fährst du mit dem Auto durch 30. Ja. Dann fährst du irgendwann mit dem Auto in die Richtung, aus der die Autos kommen. Ja. Aber dann müsst ihr auch nie ins Licht fahren. Ganz wichtig. Nie ins Licht fahren. Ich will das nicht totreden, aber es ist ja auch ein gesellschaftlicher Prozess. Diese Altersarmut, die droht. Das ist ein gesellschaftliches Gesetz. Armut mündet immer in Kriminalität. Und wir wissen, Alterskriminalität kennt kein Morgen. Da können wir uns schon mal drauf einstellen, dass sich so ein Banküberfall dann fünf Stunden zieht. Ja. Da wird es auch so No-Go-Ares geben, so Baden-Baden zum Beispiel. Durchschnittsalter 67. Da traut sich ja kein Polizist mehr hin, wenn die ganzen kriminellen alten Leute am Rundet Tisch stehen. Ich hab das auch gesehen. Ja, ja. Und die sind hartnäckig, ne? Die sind hartnäckig. Ein Albtraum. Die sind so hartnäckig. Es gibt sehr viele verstörte Marokkaner. Sehr viele verstörte Marokkaner. Nehmen Sie bitte die ältere Dame vom Knie. Ich werde dabei sein. Ich finde, das Thema ist zu Tode gewalzt worden, kann man an dieser Stelle sagen. Genau. Ich finde auch, man sollte mehr trinken. Die Geselligkeit soll nicht zu kurz kommen. Ein großer Vorteil am Alter übrigens, man kann mehr trinken und merkt genauso viel wie vorher. Aber es ist egal, weil die Leute es aufs Alter schieben und nicht auf den Alkohol. So. Gut. Gut. Diese Frage geht sich jetzt gerade. Ich muss dazu sagen, ich kenne die Fragen selber nicht. Wir alle kennen die Fragen nicht. Wir lassen uns hier überraschen. Hier steht zum Beispiel, das geht an die existenziellen Grundlagen unserer Sendung. Muss man auf jede Frage eine Antwort haben? Ja. Die Fraktion Pro sitzt rechts neben mir, die Fraktion Contra sitzt links neben mir. Ja, wir sind nicht nur dagegen, wir sind nur dagegen, es überhaupt zu beantworten, oder? Tozaler Blödsinn. Absolut. Man muss immer was sagen. Gerade heutzutage guckt die Trump an, Erdogan, Putin und Co. Wenn man die Klappe hält, hast du Unrecht. Du musst immer was sagen. Scheißegal was. Man muss auch die ganze Zeit weiterreden. Man darf nie eine Pause kommen lassen. Weil wenn du Pausen machst, dann gehen andere dazwischen. Und wenn andere dazwischen gehen, hast du keine Redezeit. Deshalb reden, 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 reden. Ist auch vollkommen egal, über was du redest. Du könntest zum Beispiel dann Fragen beantworten. Wie zum Beispiel, sind die Veganer, sind die keine Veganer. In diesem Sinne ist es ganz, ganz wichtig, wenn es eine Frage gibt, beantworten. Dankeschön. Ich finde, es wird generell zu viel geredet einfach. Ich spreche. Man macht unglaublich viele Sachen wie, ist das Ihre Steuererklärung oder liebst du mich, beantworte ich nur mit so vagen Handbewegungen. So eine Com-Si-Com-Sa-Geste, das kommt sehr gut. Ein-, zweimal und dann kannst du machen. Das war eher auf, das war so, wie die offene Hand, liebst du mich? Die offene Hand, das war so, was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Du kannst vage gegensten, kannst du dich bei allem immer gut anbringen. Ich würde die Frage erweitern. Ich muss sagen, ich habe auf jede Frage oft sogar zwei Antworten oder mehrere. Also eine Antwort ist oft zu wenig sogar. Also die nicht nur Qualität, auch Quantität, wie du es schon gesagt hast. Also mit einer Menge an Argumenten überzeugen. Das Wort braucht Gewicht. Je mehr ich spreche, desto mehr Gewicht hast du. Genau. Mängel gleich Masse gleich Gewicht. Durchbeschleunigung ist gleich Kraft. Richtig. Genau. Also. Ja. Und wenn Sie diese Antwort überzeugend fanden, würde ich sagen, lassen Sie sich untersuchen. So. Kommen wir zur nächsten Frage. Sollten nicht viel mehr Menschen verschleiert gehen? Das finde ich auch eine sehr interessante Frage, glaube ich, die viele Menschen in unserem Land bewegt. Wir reden jetzt nicht von so einem Schleier wie Thorsten gestreckt, der über den Augen aufhört, sondern wir reden, glaube ich, von Vollverschleierung. Ich weiß es nicht genau. Sollten nicht viel mehr Menschen verschleiert gehen? Ja. Wenn man morgens in der U-Bahn sitzt und die vielen ungewaschenen Gerüche und Gesichter einem entgegenstaut, immer sich, ah, von manchen Menschen sieht man zu viel. Oder im Sommer, wenn sie dann so sich festhalten an den Dingen und der braune Bär lukt raus, die Tröpfchen sinken nach unten, man denkt sich, so ein Schleier hat was für sich. Wirklich. Manche Dinge sollten ihr Geheimnis bewahren. Ich wäre dafür, dass eigentlich alle Politiker verschleiert gehen sollten. Das wäre mal interessant, dann würde man die Aussagen hören und denken, ach, guck mal, das ist der Seehofer. Doch nicht. Das fände ich gut. Kein Vorschlag. Jetzt ist mal das Problem wieder, dass alle dafür sind. Das ist auch wieder so ein Problem. Wer möchte dagegen sein? Wer möchte dagegen verschleiert? Ich bin gegen Verschleierung. Wir sind auf jeden Fall dagegen, aber wir sind auch gegen eine komplette Verschleierung. Wir sind auch dafür, dass Motorradfahrer keine Helme mehr tragen, ganz wichtig. Die Leute, die in Hochöfen arbeiten, keine Asbestanzüge. Wir sind für die Präsentation des Gesichts in allen Bereichen 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Dankeschön. Es hat ja was Diskriminierendes. Natürlich. Ich kenne auch viele Menschen, wo ich denke, ein Sack drüber wird nicht schaden. Aber mein Problem ist ja an der Stelle immer, dass man, was uns fehlt, oder was, glaube ich, weltweit einfach dringend erfunden werden muss, ist die religionsübergreifende schalldichte Burka. Ich weiß nicht, also, wenn sich jemand verschleiern möchte, was soll ich dazu sagen? Ich kenne mich mit Religion nicht so gut aus, weißt du? Wir sind sogar für die totale Nacktheit, das wäre noch krasser. Dann gäbe es auch keine Selbstmordattentäter mehr, weil du würdest ihn mit Gürtel sofort sehen. Ich denke. Ja, stimmt. Totale Nacktheit. Es muss ja nicht aus religiösen Gründen sein, Torsten, die Verschleierung. Es kann ja viele Gründe haben. Ja, ich habe auch eher an Batman gedacht und nicht an den Islam. Aber verschleier dich. Ich fände es gut. Ich hatte mal eine Freundin, die war behaart wie ein Berner Sennenhund. Es ist, ich finde Verschleierung generell, man verschleier dich doch. Wenn du meinst, das muss sein, du läufst rum wie hohe Bruders Nachtgespenst. Ich kann dir auch nicht weiterhelfen. Es gibt Sachen, die mir vielmehr auf den Sack gehen. Wie gesagt, Leggings bei Frauen über 130 Kilo. Ich habe es aber mittlerweile, nein, 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 andererseits. Ich habe es verstanden. Obwohl das falsch ist, weil, das habe ich immer gesagt, das ist ein Zynismus, aber die Frauen tragen das ja nicht, wenn sie meinen riesigen Hintern, sondern die tragen das, weil Leggings ganz günstig sind. Weil die auch in der großen Größe kriegst du. Also ziehe ich das einfach mal wieder zurück und stelle das seriös in den Raum. So, Bums. Nee. Also ich habe nur mal gehört, gute Tiger kommen in den Himmel, böse Tiger wären Leggings. Das war irgendwie mal die ... Das ist ein schöner Slogan für Taco, muss ich schon sagen. Hut ab dafür. Ja, es ist ... Die Leute ... Aber wir haben uns jetzt entfernt. Ja, bitte lass uns ... Wir waren für die totale Nacktheit. Ja. Ich war ja in der DDR zweifacher Vize-FKK-Messer. Vize-FKK? Das ist jetzt auch nicht direkt die Lösung. Finde ich zu kompromisslos, muss ich sagen. Ja? Das hat ja alles seine Ursachen, hat ja alles seine Wurzeln. Wir wissen ja, Verschleierung entstand ja. Der muslimische Mann darf ja keinen Alkohol trinken. Und ... Ich erlebe ja in Dresden diese Debatten, gerade wegen der Verschleierung. Ich sehe sehr wohl diskriminierende Elemente für die Frau, aber ich muss auch sagen, ich habe auch viele Pegida-Anhängerinnen gesehen, da wäre der Schleier auch eine elegante Lösung. Also es ist ... Es ist wie immer ein Mittelweg, den man beschreiten muss. Ich bin ein Mann des Ausgleichs. Also ... Gibt es denn eine schönere Entscheidung für eine Frage als diese? Ich glaube nicht. Der Mittelweg. Wir nehmen den Mittelweg. Das ist unsere Antwort. Sehr schön. Schreiben auch Sie Ihre Fragen, die uns angehen, an mail-at-nur-gefrag.de. Das wäre wirklich schön, wenn wir die Fragen von Ihnen bekommen wären. Wir möchten wissen, was Sie bewegt. Schreiben Sie uns! Nicht gleich jetzt, sondern warten Sie bis zum Ende der Sendung. Bleiben Sie jetzt sitzen. Denn jetzt kommt eine wirklich interessante Frage. Sollte man einen Ehevertrag abschließen? Wer von euch hat den Ehevertrag? Wer ist denn verheiratet? Mit nur einer Frau? Du bist verheiratet. Nein, ich bin nicht verheiratet. Wer ist denn verheiratet? Ist denn niemand verheiratet? Ich würde es nicht zugeben, weil meine Frau ist hier. Hast du einen Ehevertrag? Ob ich einen Ehevertrag habe? Ja. Ja sicher! Müssen den eigentlich beide unterschreiben oder kann man das hinterm Rücken? Ich kenne die Rechte der Frauen noch nicht so ganz, weil ich kenne die Rechte der Frauen. Ich finde es krass, dass sie jetzt auch so viel Gehalt bekommen sollen wie Männer. Es sind so verrückte Zeiten. Es ist ganz wichtig, dass man den Ehevertrag macht, bevor es einem gut geht. Ja das ist wichtig. Ja das ist ganz wichtig. Hast du es geschafft? Mhm. Geil? Ja. Aber eigentlich ist es eine wahnsinnige Verschwendung, weil wir sind zusammen. Und das ist so. Immer noch. Das ist ja schlimm eigentlich. Dass nämlich ihr dann schon wieder ökonomisch übel, dass wir uns so gut verstehen. Ja das stimmt. Ja. Ich glaube ich trinke noch was. Ich würde solidarisch einfach allen Frauen raten, in Amerika zu heiraten und sich dort dann scheiden zu lassen. Da ist egal was los ist, gehört der 50 Prozent, wenn er alte Kohle hat. Also Ehevertrag. Wer mich heiratet, mit mir zusammenlebt, der hat sich jeden Cent verdient. Und trotzdem bist du für Ehevertrag. Ja tut mir leid. Und in Adelskreisen, in diesen berühmten Kreisen, kriegen ja die Frauen auch pro Kind Kohle oder so Wurfprämie nennt man das glaube ich dann auch. Kriegen ja doch 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 in Königshäusern, wenn es ein Sohn ist dann noch mehr und das ist doch großartig. Der eigentliche Zweck des Heiligen Bundes, der so entwertet wird. Absolut. Man lebt gemeinsam und ich meine Verträge sind sowieso nur dazu da, um gebrochen zu werden. Also nein, man soll sich bemühen, es so lange auszuhalten, wie es geht, ohne Hintertüre. Richtig. Und wir wissen alle, dass das gar nicht geht. Also das ist, wenn zwei Menschen zusammenleben wollen, die unterschiedlicher nicht sein können. Es ist eigentlich Unfug, aber es wird trotzdem immer wieder gemacht. Und wenn es gemacht wird, dann ohne Netz zum doppelten Boden. Richtig. Dann müssen beide in die Saure abgewiesen. Deshalb auf keinen Fall ein Vertrag. Kein Vertrag. Kein ich. Kein Vertrag. Kein Vertrag. Nichts Schriftliches. Nichts Schriftliches. Nichts Schriftliches. Mündlich. Was man mündlich zum Weinen abspricht. Das ist. Nach dem Motto Mensch, klar kannst du hier erstmal wohnen. Na klar. Aber zieh doch mal die Bluse aus. So ungefähr. Vielleicht sollten wir doch mehr über ganz praktische Fragen sprechen. Zum Beispiel über die Frage, darf man sich an der Supermarktkasse vordrängeln? Nein. Boah. Ich habe immer ein Problem mit Fleischtheke. Wenn es so unkonkret ist, wer ist jetzt gerade dran? Da habe ich. Also da weiß ich immer nicht. Kannst du jetzt nach vorne preschen und die Omi zur Seite drücken. Oder musst du erstmal gucken. Hebe die in den Arm oder nicht. Kasse ist ja relativ eindeutig. Bist ja kanalisiert. Bist im Schlauch. Fleischtheke ist schwierig. Bäcker. Auch ganz schwierig. Ganz schwierig. Wer war als nächster? Bäcker. Schlange. Gibt's keine Schlange. Stehen alle überall. Die stehen häufig vor den Teilchen und sagen dann, ich hätte gerne fünf von den normalen Brötchen da hinten. Und das nervt. Da könnte ich mich aufregen. Wir sind dagegen. Ihr seid fürs Vordrängeln. Ah ja, super. Wir sind dafür. Ja. Wir sind dafür. Ist doch scheißegal, wo du stehst. Wenn ich an der Theke bin, bin ich dran. Fertig. Das Recht des Stärkeren. Nur so kommen wir ja auch überhaupt erst weiter in der Gesellschaft. Wenn die Starken sich durchsetzen, werden wir immer stärker. Natürliche Auslese. Wenn die Starken sich durchsetzen, egalisiert sich alles. Irgendwann brauchen wir noch eine Niere, dann haben wir die andere über. Die könnten wir dann verkaufen. 50.000? Ich wär dabei. Ich bin dagegen. Erstens gehört sich's nicht und zweitens entgeht einem sehr viel, wenn man sich vordrängt. Ich war neulich an der Supermarktkasse gestanden. Zwei sehr alte Damen waren vor mir. Wirklich sehr gebrechlich. Ganz alt. Und so. Kennst du den Satz, der dann fällt, wenn's irgendwie 18,30 Euro waren? Ich glaub ich hab's passend. Wo du schon zu schnitzen anfängst. Weil du weißt, das wird da noch. Sie war eine süße alte Dame mit einer sehr alten Freundin dabei. Und dann hat sie da rausgekommen. Ich weiß nicht. Er zieht sogar. Können Sie's sehen? Ich seh's grad nicht. Und dann haben die rausgekommen. Ich hab extra aufgemacht. Ich dachte mir, wie sind die zum Supermarkt gekommen. Im Supermarkt am Rande unserer Kleinstadt. Und die sind tatsächlich gefahren, die beiden Mäuse. Wenn die das Kleingeld nicht erkannt haben. Dann hab ich gedacht, wer von den beiden dann fährt im Auto. Dann hat die eine gesagt, so Elfriedi, machen wir's wie immer. Du schaust, ich fahre. Das war großartig. Wirklich. Original. Ich mag das sehr gerne. Also ich bin auch. Gerade wegen der alten Leute. Sollte man nicht machen. Ich kann mich da gar nicht. Meine Oma war da auch. Die war eine große Kleingeldsammelerin. Weil das ja noch einen anderen Wert hat. Ich guck mir das auch gerne an. Für mich ist es meditativ. Wenn die mal so 19,80 Euro in zwei Centstücken abzählen. Da kommst du ja selbst zur Ruhe. Lässt den Blick schweifen. Und guckst bei alten Leuten den Einkaufswagen. Denkst dir, man, ein ganzes Brot. Lohnt sich das noch? Das sind einfach so Sachen. Naja, das sind schon Fragen, die ihr stellst. Ich lass immer die Leute vor. Ich lass immer die Leute vor. Gehen sie vor. Ich lass auch immer vorgehen. Auch bei vollem Einkaufswagen. Ich hab Zeit. Zu leben gehen sie vor. Wir sind für Kassen-Yoga. Entspannt sein an der Kasse. Die Leute vorlassen. Wir meinen jetzt nicht so Kriegsgewinnler wie ihr. Die 30 Sekunden schneller eine Bockwurst haben wollen. Wir meinen alte Leute, die ihr Leben gelebt haben. Die haben Kortschlappen an, selbst gehäkelten Pullover. Die sollen in Ruhe einkaufen. Vor mir. Ja. Ja. Wir reden immer direkt über alte Leute. Was ist denn so mit diesen Jungen? Den muss man ja auch erst mal zeigen, wer ist Chef an der Fleischstücke. Wenn ich einen 13-Jährige erwische, der 19,80 Euro in 2-Cent-Stücken abzählt, dann kriegt der sofort von einer geballert. Ja. Da kannst du schön mit dem Bodycheck nach vorne und greifst noch seine Fleischwurst ab, die er fast umsonst gekriegt hätte. Blutgrätsche. 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 Man kann sich auch freundlich, man kann jemanden freundlich rüberschipsen. Also freundlich aber bestimmt. So, ne? Also, dass man so... Ups, das tut mir aber leid. Genau. So. Hoppla. Ich komme aus keiner freundlichen Familie. Meine Oma ist immer an die Kasse gegangen und die Verkäuferin hat gesagt... Schon wieder eine alte. Haben Sie mal einen Euro klein und meine Oma, wie soll ich denn sonst haben als Bachen? Die ist ziemlich aus sich rausgegangen. Sie hat ja recht letztendlich, wenn Sie darüber nachdenken. Wie soll es einen Euro sonst haben? Ich sage, lasst den Ding hier in Lauf. Wer zuerst an der Kasse war, soll auch zuerst zahlen. Ich finde es auch schön, dass wir die Frage nach den alten Leuten, die vordrängeln können, mit den lasst den Dingen seinen Lauf. Ja. Beenden. Zwei charmant und höflich. Man könnte höchstens noch älteren Leuten was von sich selbst mit in den Korb legen und danach nach der Kasse wieder rausnehmen. So, also... Ohne, dass es mehr... Wir haben gelernt, im Supermarkt dürfen alte Leute vordrängeln, junge Leute kriegen auf die Fresse. Ja, letztendlich ist es das. Ja, so ist es. Ich habe eine Frage, die sich auf einen konkreten Fall bezieht. Darf man einen menschlichen Kopf transplantieren? Wobei sich mir eigentlich eher die Frage stellt, ich kenne so viele Leute, wo ich denke, muss man nicht einen menschlichen Kopf transplantieren? Wenn es gut gemacht ist? Ja. Auf jeden Fall. Hier ist die Pro-Seite. Auf jeden Fall für die Schädeltransplantation Sebastian Puffbach und Olaf Schubert. Ich muss ehrlich sagen, ich würde es mir nicht zutragen. Ich habe meine Weile als Chirurg gejobbt, aber das sind... Das ist ja wirklich richtiger Eingriff, da kann immer was schief gehen. Vor allen Dingen sieht es jeder, wenn du den Kopf verwechselst irgendwie... Viele machen den Fehler, frieren ein. Und Hirn ist nämlich, das habe ich wirklich gelernt, das ist wirklich so... Hirn ist wie Erdbeeren. Wenn du die auftauchst, werden die matschen. Und so ist das mit dem Hirn auch. Insofern lassen sich Milliardäre ja gerne einfrieren auf 500, 600 Jahre. Leider werde ich es ja nicht mehr erleben, aber wenn die die auftauchen... Können die sich noch mit einer alten Erdbeere unterhalten, aber das war's. Jenseits davon ist kein Gesprächsthema. Auf Augenhöhe. Darf man einen menschlichen Kopf transplantieren? Völlig dagegen, Thorsten Schreiter und Monika Gruber? Ja, natürlich. Nicht, nicht, weil was ist die ethische Grenze? Erst darfst du den Kopf transplantieren und dann zack, der Kopf auf den Körpern des Wellensittigs. Was für ein entsetzliches. Wenn man drüber nachdenkt, ist das eigentlich ganz witzig. Also können wir noch einmal... Ich weiß nicht, aber... Was jetzt ein Gegenargument war. Und hier in der griechischen Mythologie, da gab es ja sehr lustige Wesen, wo sie die Dinger da aufeinander geschraubt haben. Der Minotaurus zum Beispiel, also was die da alles... Es wirkt aber eigentlich ein bisschen, als würde so ein Bauarbeiter hin in so einem Pferdstecken offen gestanden. Ich habe den Bildern nie getraut. Als ich zum ersten Mal vor mittlerweile was 15 Jahren das Foto gesehen habe von Boris Becker, unehelichem Kind mit Anna Ermakower, dachte ich, man kann einen Kopf transplantieren. Es geht. Weil dieses Kind in dem Buggy... Und dann... Große Schlagzeile drüber ist, dass wirklich seine Tochter... Ha! Der Kopf ja. Zu Scherz. Das mit Arnold Schwarzenegger. Habt ihr den mal gesehen? Der lief durch die Wohnung mit der Terminator, der mit seiner Putzfrau hat ein Kind. Das sah... Ich glaube, er musste es seiner Frau erzählen. Als ich das Kind das erst mal gesehen habe, so... Conan der Papa. So, fuck! Das sieht original aus wie Arnold Schwarzenegger. Wirst du was sagen, Arnold? Was ja interessant ist, wenn du diese Transplantation machst. Beide Körperteile haben ja Verwandte. Also der Kopf sowohl als auch der Körper. Also wenn man sich Weihnachten zusammentut, kommen ja ganz viele fremde Menschen zu. Also dann... Du hast dann ja Geschenke für den Körper dabei und dann Geschenke für den Kopf. Also so... Papa! Ach, doch nicht. Es gibt den Begriff Patchwork-Familie ja eine ganz andere Bedeutung. Absolut! Und wenn du dann noch andere Beine dabei hast, dann kannst du allein ein Familienfest feiern. Das ist ja irre. Am besten auch aus drei Generationen. Das ist sehr schön. Ja, so untenrum 65... Oben Mutter 45, unten Opa 63, stark behaupt. Und wie ist das jetzt geschlechtlich? Also sollte man immer beim gleichen Geschlecht bleiben oder... Freihaft ist nix von gesagt worden. Nee, ne? Könnt man auch also den Mann auf... Lass einen zwölfjährigen Pokémon-Spieler nehmen, oben drauf den Kopf einer 78-jährigen Nonne. Bumm! Und deswegen sind wir eigentlich nicht so richtig da. Doch, wir finden es super, man soll es nicht machen. Nein, nein. Klar, ich glaube, wir debattieren ja, aber es passiert ja sowieso. In anderen Ländern, China, Amerika und so. Der Deutsche hat ja, glaube ich, den Anschluss an diese Zukunftstechnologien verpasst. Also Quantenphysik, Nanotechnologie, Klonen, Beamen. Gerade beim Beamen haben wir erheblichen Nachholbedarf. Absolut. In Amerika, in jedem dritten amerikanischen Film wird gebeamt. Also riesen Merchandise-Markt, Jim Beam. Und hier beim Tatort, hier fahren sie mit dem Moped rum. Also... Nicht reden, machen. Nicht reden, machen. Wer viel fragt, der kriegt viel Antwort. Deshalb, ich glaube, irgendwo in Russland, da sitzt einer in der Scheune, der näht schon fleißig an so Menschen zusammen. Da kommt was Wüstiges auf uns zu. Das ist doch der urhele Traum, Frankenstein. Wir haben jetzt in der Frühphase gesehen, was passiert, wenn man einem Amerikaner eine tote Ente auf den Kopf schraubt. Der versucht jetzt Präsident zu werden. Ich sage nein, nein, nein. Aber... Moment! Wie weit ist diese tote Ente gekommen? Das ist es doch, ne? Das ist ja eigentlich Pro. Eine tote Ente war noch nie kurz davon, eine Atombombe zu starten. Ja, letztendlich hast du recht. Also das ist ja eigentlich dafür. Das spricht im Allgemeinen gegen die Amerikaner, aber nicht dafür, irgendwas Schlimmes auf noch was Schlimmeres zu schrauben. Ganz furchtbar. Das ist zu kurz gedacht, mein Freund. Soll man einen Seitensprung beichten? Hätte ich gesagt, ist mir die Frage näher. Also mit dem transplantierten Kopf, ich weiß es nicht. Ja, ist es ein Seitensprung, wenn halt der Kopf von einem anderen und der Körper her... Also das wäre ja, dann könnte man ja... Also wenn es halt ein fremder Kopf ist, aber der Körper immer noch des Partners. Wenn man einen Kopf mit einem fremden Körper hat, ist es... Ist es dann ein Seitensprung? Geschlechtsverkehr, wenn man onaniert? Das ist doch die Frage. Ja, ja, ja. Sie lachen, das ist ernst. Das ist die große Philosophie. Kontra. Danke. Auf der Pro-Seite. Für das Beichten, Thorsten Schretter und Monika Gruber. Seriös geantwortet, ich glaub, dass du viel Stress mit der Spaß... Mit dem Beichten? Mach einfach mal. Mit dem Beichten erst... Ja, hast du einmal, kennst das ja. Du ersparst dir Stress mit dem Beichten. Du kommst nach Hause... Ja, einmal gibt's mit dem Bagger was in die Fresse. Aber mit dem Braunkohlebagger. Aber danach ist ja erstmal Ruhe. Du liegst ja auch vier Wochen. Und dann... Besser als das Leben lang, das mit sich rumzuschleifen. Ja, ein Freund von mir, der hat einen Seitensprung gebeichtet und die Frau redet jetzt nix mehr mit ihm und jetzt will er sich scheiden lassen. Und dann hab ich gesagt, bist du deppert, so eine findest du nie wieder. Das ist ja wie eine Flasche Wein trinken und dann plötzlich aufhören. Also wenn man einmal angefangen hat, warum plötzlich auf halber Strecke stehen bleiben. Man initiiert was, man macht alles geheimnisvoll und dann plötzlich... Was ist überhaupt ein Seitensprung? Was ist denn ein Seitensprung? Also ich sehe jetzt nicht in dem, sag ich mal, in dem Akt mit einem anderen Menschen, das ist ja kein Seitensprung. Das ist ja im Grunde, das ist ja nur Biologie. Das passiert, machen alle. Du meinst doch. Naja, also kommen Sie. Was sind Sie denn? Sind Sie von 1920 oder sowas? Nein, das ist ein bisschen rumgefügelt, ja wunderbar. Nein, Seitensprung ist doch... Mit einem anderen Händchen halten, das wäre schlimm. Das wäre schlimm, aber... So, und das sollte man auf keinen Fall beibringen. Aber wenn das Glied in die Scheide eindringt? Halte ich das für vollkommen... Nein! Und das kann eine, das kann jedwede Scheide sein, das ist vollkommen egal. Oder jedwedes Glied. Die Penetration ist kein Seitensprung. Darf ich was sagen? Sehr gerne. Ich finde Scheide ist unglaublich technisch. Es klingt, man muss sagen, Scheide klingt wie ein Urlaubsort. Ich war in Scheide am Bodensee, da haben wir einen Wohnwagen, das ist total grauenvoll. Du, das sagst du zu mir, ich komme aus Tittenkofen. Mir stellen sie so die Haare hoch, weißt du? Das Glied in die Scheide, das ist furchtbar. Wo kommst du her? Ich komme aus Tittenkofen, also sag mir sowas nicht. Das ist kein Scheiß. Ich bin voll bei dir. Ich glaube, das assoziiert so. Tittenkofen hört sich wie ein ostdeutsches Angebot an. Und ich frage mich, wer am Tisch es hier gemacht hat, offen gestanden. Nee, willst du Tittenkofen? Ich glaube es. Den habe ich noch nie gehört, noch nie. Aber ich habe noch nicht darüber nachgedacht, deswegen. Ich finde, das wird fehlen. Der Präsident ist immer so, ja, das ist ein starker Mann, der hat einen Fehler begangen und dann war er stark genug und hat es gebeicht. Das war ein schlechter Lügner. Vor dem Schaden klug sein. Also ich meine, Nein sagen, wenn es drauf ankommt. Wenn sie dich fragt, hattest du was mit einer anderen? Nein. Da musst du Nein sagen. Ganz wichtig. Da musst du Nein sagen. Es kommt immer aufs Timing an. Aber noch stärker ist man natürlich, wenn die... Nee, da hast du Unrecht. Alles ausprobieren, weil erst dann kannst du ja wirklich befreit zurück zu deinem Partner sagen, also hingehen und dann sagen, ich habe alles ausprobiert, aber du bist es. Ansonsten hast du immer diesen Zweifel, gibt es da draußen noch irgendwen. Alle ausprobieren und dann zu Hause stehen. Wir müssen jetzt erst mal noch warten, weil es juckt. Aber irgendwann bin ich nur für dich da. Okay, das ist sehr lustig. Ich finde, diese Sexualität ist moralisch so aufgeladen, das müssen wir mal entladen. Ich finde, es sollte ja nicht nur der Lust gewinnen, es sollte ja auch der Zeugungsakt wieder mehr ins Zentrum des Covid-19 kommen. Das ist ja auch Kommunikation. Also ich meine, wer miteinander schläft, sprengt sich nicht. Okay, ist zu weit. Das liegt ja auch der Völkerverständigung. Sex statt Terrorismus. Ja. Also wenn eingewilligt wurde. Nein heißt nein. Richtig. Ja. Einarm Abstand. Das wird für viele eine Umstellung sein, aber wenn sich das jetzt, wenn sich das durchsetzt, ist viel gewonnen. Nee. Doch. Wir müssen einer Meinung sein. Nein heißt nein. Genau. Wenn sie fragt, bist du fremdgegangen? Nein. Und dann heißt nein. Genau. Da kann man den Spruch durchaus wieder anbringen. Genau. So schließt sich der Kreis. Wenn man dann nämlich sagt, moin. Das ist keine gute Antwort. Nee, nee. Da knallhart sofort sagen. Da hatten wir doch auch die Frage. Sollte man immer eine Antwort haben? Ja. Sollte man einen Seitensprung beichten, war die Frage. Ja. Nein. Also ja, das war die Frage, aber immer nein sagen. Bist du fremdgegangen? Nein. Was soll die Frage? Und ihr dann ein schlechtes Gewissen machen. Das ist immer wichtig. Wieder was gelernt. Warum ist der Kühlschrank leer? Ich glaube... Das ist irgendwie so mehr mein Thema. Ja, absolut. Da kennst du dich wirklich aus. Ich glaube, das sind Gefühle und damit spielt man nicht. Wir sind beide Contra. Wir sind einer Meinung. Nee, Sex sind ja keine Gefühle. Genau, das ist ja höck höck. Richtig. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ja. Ein Nein heißt Nein. Außer in Sachsen, da sagt man immer so, nein damit. Naja. Wir haben wieder viel gelernt heute, glaube ich. Schicken Sie uns Fragen an mail-at-nur-gefragt.de. Wir werden auch Ihre Fragen, glaube ich, wirklich seriös beantworten. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. So. Gut. 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 Diese Frage geht sich jetzt gerade... Ich muss dazu sagen, ich kenne die Fragen selber nicht. Wir alle kennen die Fragen nicht. Wir lassen uns hier überraschen. Hier steht zum Beispiel, das geht an die existenziellen Grundlagen unserer Sendung. Muss man auf jede Frage eine Antwort haben? Ja. Ja. Die Fraktion Pro sitzt rechts neben mir. Auf jeden Fall. Die Fraktion Contra sitzt links neben mir. Ja, wir sind nicht nur dagegen, wir sind nur dagegen, es überhaupt zu beantworten, oder? Tozaler Blödsinn. Absolut. Du hast keine Redezeit. Deshalb reden, 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 reden. Ist auch vollkommen egal, über was du redest. Du könntest zum Beispiel dann Fragen beantworten. Ja. Wie zum Beispiel, sind Sie keine Veganer? Sind Sie keine Veganer? In diesem Sinne ist es ganz, ganz wichtig, wenn es eine Frage gibt, beantworten. Immer. Dankeschön. Ich finde, es wird generell zu viel geredet einfach. Also man sollte... Ich spreche. Ich mache unglaublich viele Sachen wie, ist das Ihre Steuererklärung oder liebst du mich? Beantworte ich nur mit so vagen Handbewegungen. So eine com si com sa Geste, das kommt sehr gut. Gerade bei... Ein, zwei Mal und dann... Kannst du machen. Das war eher auf... Das war so... Wie die offene Hand liebst du mich? Die offene Hand, das war so... Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Du kannst vage gegensten, kannst du nicht bei allem immer gut anbringen. Ich würde die Frage erweitern. Ich muss sagen, ich habe auf jede Frage oft sogar zwei Antworten oder mehrere. Also eine Antwort ist oft zu wenig sogar. Also die nicht nur Qualität, auch Quantität. Wie du es schon gesagt hast. Also mit einer Menge an Argumenten überzeugen. Das Wort braucht Gewicht. Je mehr ich spreche, desto mehr Gewicht hat's. Genau. Mängel gleich Masse gleich Gewicht... Durchbeschleunigung ist gleich Kraft. Richtig. Genau. Also... Ja. Und wenn Sie diese Antwort überzeugend fanden, würde ich sagen, lassen Sie sich untersuchen. So. Kommen wir zur nächsten Frage. Sollten nicht viel mehr Menschen verschleiert gehen? Das finde ich auch eine sehr interessante Frage, glaube ich, die viele Menschen in unserem Land bewegt. Wenn man U-Bahn... Warte, waren Sie schon gemeldet? Hast du gemeldet? Nein. Nein. Wir reden jetzt nicht von so einem Schleier wie Thorsten gesträgt, der über den Augen aufhört. Nein. Sondern wir reden, glaube ich, von Vollverschleierung. Ich weiß es nicht genau. Sollten nicht viel mehr Menschen verschleiert gehen? Wenn man morgens in der U-Bahn sitzt und die vielen ungewaschenen Gerüche und Gesichter einem entgegenstaut, immer sich, ah, von manchen Menschen sieht man zu viel. Das ist... Oder im Sommer, wenn Sie dann so sich festhalten an den Dingen und der braune Bär lukt raus, die Tröpfchen sinken nach unten, man denkt sich, so ein Schleier hat was für sich. Wirklich. Manche Dinge sollten ihr Geheimnis bewahren. Insofern ja. Ich wäre dafür, dass eigentlich alle Politiker verschleiert gehen sollten. Das wäre... Das ist... Genau das ist... Bei der Frage steht da hinzu sehr im Mittelpunkt. Wir sollten vielmehr um die Möhre uns Gedanken machen. Das Gemüse, was an den Hund verfüttert wird, das hat ja auch Gefühle. Also dementsprechend nein. Nein, 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 nein. Da denken wir nicht weit genug. Den Blick über den Tellerrand. Ganz, ganz wichtig. Über den Napfrand. Über den Napfrand. Sehr gern. Sehr gern. Was sind wir? Wir sind pro. Wir sagen vegetarisch. Vegan. Vegan sogar. Ja gut, dann nur Grünzeug für den Hund. Dann kannst du, wenn der dich auf die Straße kackt, das muss er auch nicht auffischen, das pflückst du dann quasi. Und das halte ich für eine sehr saubere Lösung. Das ist doch eh so ein Wahnsinn. Also jetzt noch zuhause zu sitzen, was kann ich dem Hund kochen und was nicht. Der Chinese fragt sich, wie koche ich den Hund. Also das ist ja viel sinniger eigentlich. Das ist ja nicht der Chinese, sondern mehr der Vietnamese. Der Vietnamese. Ich glaub, die machen das viel mehr. Kriegt dann der Hund auch so einen Apfel vorn rein, wie bei uns das Schwein? Und ist das dann ein veganer Hund, wenn er einen Apfel hat? Ist er dann vegan ernährt? So schließt sich der Kreis. Ja, so ist alles wieder. Sauber. Und das ist auch ein schönes Ende für eine Frage. Wenn sich ein Kreis schließt, dann wissen wir, wir haben etwas gelernt. Kommen wir zur nächsten Frage. Darf man seine Organe mit ins Grab nehmen? Das ist eine interessante Frage, weil wenn du sie vorher gespendet hast, kommt ja dann ein Interessenskonflikt. Also nehmen wir mal an, du hast eine Niere gespendet, stirbst und sagst, ich hätte aber gern die Niere wieder zurück, wenn ich jetzt, ne? Also dann müsste man konkreter werden. Ich würde meine Organe ehrlich gesagt nie spenden, bevor ich sterbe. Ja. Das kommt ganz auf die finanzielle Situation an. Das stimmt. Das muss man sich erst mal leisten können. Ja, also weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Sie klatschen hier einfach fröhlich drauf los. Es gibt Länder, da kriegen sie für eine Niere 50.000 Euro. Ja. Gucken Sie sich mal, hier sind einige Gesichter, die gerade anfangen zu rechnen. Das ist ein Mittelklassewagen mit selbst einparkendem Gedönse und sowas. Und wenn man die Familie gleich mitbittet, ist es sogar ein Luxusklassewagen. Das stimmt, da kannst du sogar noch die. Ja, das finde ich nicht schlecht. Das ist gut. Ich habe zwei Kinder, das sind 100.000 Euro. Und ihr würdet Organe nicht ins Grab nehmen. Ist das richtig? Wir gehen soweit. Sebastian Puffpaff und Olaf Schubert sind gegen. Wir sind dafür. Wir sind selbstverständlich dafür. Wogegen bin ich jetzt nochmal? Ihr seid dagegen, Organe mit ins Grab zu nehmen. Also es gibt im Grunde genommen quasi einen Zwang, bevor du ins Grab gehst, wirst du ausgeräumt. Ja. Sozusagen. Wird das verkauft oder gespendet? Am Schrottplatz wird ja auch dann, wie nennt man das, ausgeschlachtet. Ja, aber wird das dann verkauft oder? Dr. Eumel, vor den Thron des Herrn. Ohne Augenpimmelpansen stehst du da. Ich meine, was gibst du letztendlich für ein Bild ab in deinem Taco-Jogger? Das ist doch die letzte Scheiße. Ich sage, nimm, es ist ein hartes Bild, aber letztendlich stimmt's. Das stimmt. Ich denke mal nach. Würdelos. Würdelos. Eins, bei den Ägyptern, die wurden ja dann mumifiziert, also zur Mumie gebastelt. Die wurden ja auch quasi leer. Nur die Hülle. So. Und mir persönlich wäre es auch egal. Ich habe sowieso keinen Überblick, was da drin ist. Also insofern würde mir nicht auffallen, wenn was fehlt. Und wenn man einem Bedürftigen damit noch was Gutes tut. Eine Freude machen kann. Eine Freude machen. Natürlich. Ihr habt mir eine Leber mitgebracht. Wie süß seid ihr denn? Oder einen Penis von Thorsten Sträter. Sollte nicht mal diskutiert werden, dass jeder ist eigentlich verpflichtet zu spenden oder man kann dann halt Widerspruch einlegen? Das wurde doch sogar politisch mal diskutiert, oder? Ja. Fände ich super. Dass man einen Spruch einlegen muss, jetzt wird's richtig ernst, oder? Dass man einfach von vornherein sagt, ja komm, jeder gibt immer alles. Es sei denn, du sagst, nein. Man muss sich explizit im Internet abmelden. Ist das schon soweit? Nein, so müsste es sein. Achso, ja richtig. Nach dem Motto, Freunde, ich bin raus. Also aus der Organspende, nicht aus dem Internet. Und ja, fände ich gut. Ja, oder du kannst es dir aussuchen. Jeder sucht sich ein Organ aus. Und dann sitzen die bei so einer zentralen Sammelstelle, machen so einen Umschlag auf Scheiße, schon wieder einen Blinddarm. Sowas. Das fände ich lustig. Aber ich glaube, dass es nicht so ich jetzt weiß. Das wäre auch spannend. Und ich bin ja katholisch erzogen worden, also katholisch zugerichtet sozusagen. Glaube aber an Wiedergeburt. Meine katholische Mutter übrigens auch. Und wenn du jetzt quasi ausgeräumt wirst, also organmäßig, und wiedergeboren wirst, von wem kriegst du dann die Organe? Wir haben das Feld des Glaubens betreten. Und es wird doch sofort still. Es wird doch total eisig. Ich merke das selber auch. Als du schon gesagt hast, du bist katholisch, habe ich schon gemerkt, die ersten Leute sind Eigentlich passt das schon sehr, 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 sehr gut zur nächsten Frage. Muss man Angst vor dem Alter haben? Ja. Ja, sagt die Fraktion mit der Dame sozusagen. Nein, sagt die Fraktion mit denen, bei denen man das nicht genau weiß, wo man sie zuordnen soll. Weil wir zeitlos sind. Weil wir zeitlos sind. Weil wir zeitlos sind. Ja, ich fühle mich jetzt schon alt. Also das kommt dazu. Ich arrangiere mich. Ich spüre jetzt schon, der Körper will runter. Ich höre jeden Tag, wie der Humus mich ruft. Und... Es ist der Weg. Ich höre das auch manchmal, aber dann dusche ich und dann ist es weg. Ja, das ist wieder was Religiöses. Also, ja. Auch das Alter hält, sag ich mal, genüssebereit. Also ich finde es total gut. Das klingt immer so, eine 30 Jahre jüngere Freundin. Das geht mit 25 noch nicht. Ich hab's davor, eines morgens aufzuwachen und eine Kordrose anzuhauen. Dann häng ich mich auf. Dann ist es vorbei. Weg bin ich. Und das ist halt die größte Furcht, die in mir brennt. Weg. Sofort. Aluleiter, Draht. Es ist so. Aber... Ist das... Kord macht alt. Oder? Nicht bei dir, Schatz. Nicht bei dir. Nichts macht so alt wie Kord. Nichts. Ich kann das ruhig sagen. In Texas können 4-jährige Brandwein kaufen, wenn sie eine Kordhose anhaben. Und das solltet ihr klar machen. Das hab ich mir ausgedacht. Sicher, aber es klingt wahr. Und das zeigt dir, wie alt Kord wirklich. Nichts macht so alt wie Kord, außer das Alter und Kord. Das sind zwei Sachen. Das macht wahnsinnig alt. Und es trägt auch auf. Es trägt auf. Es ist unfassbar. Raute macht jung. Raute... Es kommt drauf an, wer du bist. Manchmal nervt Raute auch nur. Aber in diesem Falle... Wie ist das denn für dich, Monika? Ich steh morgens... Heute steh ich auf, mir hat früher nie was wehgetan, bis ich 43 war. Und ab jetzt denk ich, wach morgen auf. Es ist alles gut. Heute tut mir nix. Es ist wunderbar. Dann dreh ich mich einmal kurz. Ah, doch, doch. Tut weh. Pass auf. Dann steh ich auf, geh zum Spiegel. Und denk mir... Das bin ich. Ich steh dazu. Und früher hab ich meinen Liedstrich. Das kennt ihr Männer nicht. Aber das ist das, was hier am Augenwimpernkranz ist. Das hab ich mir einfach so wirklich freihändig lockerflockig aufgetragen. Heute muss ich den obersten Liedlappen aufhalten. Male es hin. Lass ihn dann herabsinken. Merk ich habe zwei Liedstreber. Der andere babbt hier oben. Ich seh... Das ist wirklich... Ich bin... Es ist traurig. Ich weiß. Das sind Probleme. Ich hab früher... Früher gelacht, wenn meine Freundin gesagt hat, dass... Früher gesagt, wenn wir verreist sind, das einzige was du brauchst, ist eben eine Kreditkarte. Heute eine Kreditkarte und eine Pinzette. Weil dir Haare an Stellen wachsen, wo du sie nicht haben willst. So kleine schwarze Hexenhaare, wo du plötzlich im Vergrößerungsspiegel einst. Und du reißt es raus und du kriegst es auf einmal gar nicht raus. Und es ist so lange, es ist schwarz und störris. Und du denkst dir, ich verwandle mich in eine Hexe. Oh mein Gott, ich will nicht alt werden. Aber ist okay. Ich komme damit zurecht. Ich werde irgendwann einen jugendlichen Pfleger haben. Sehr bald sogar. Und er wird ausschauen wie Olaf Schubert und er wird reden wie Olaf Schubert. Ja, aber ich meine, vorher sterben ist er in jedem Fall beknackt, oder? Irgendwie. Also Leben ist in jedem Fall irgendwie erstmal cooler. Also im Alter hast du eben. Im Alter bist du so ultimativ cool. Also ich meine, allein wie alte Leute ja Auto fahren. Das ist ja so viel cool. Also dass er auch einfach ganz links mal mit 60 kmh, ja, auch mal raus aus dem System, nicht zuhören, hinter dir, ein 40 Tonner, blinker links. Da sollte man sich eine dicke Scheibe von abschneiden. Und wir müssen uns darauf einstellen. Wir wissen ja, die Gesellschaft überaltert. Die Menschen werden immer älter, immer weniger Jugend. Das ist ja so das Motto. Null Bock auf Friedhof. Alle sind gesellschaftlicher Prozess. Diese Altersarmut, die droht, das ist ein gesellschaftliches Gesetz. Jetzt, Armut mündet immer in Kriminalität. Und wir wissen, Alterskriminalität kennt kein Morgen. Da können wir uns ja schon mal drauf einstellen, dass sich so ein Banküberfall dann fünf Stunden sieht. Ja, da wird es auch so No-Go-Areas geben. So Baden-Baden zum Beispiel. Durchschnittsalter 67. Da traut sich ja kein Polizist mehr hin, wenn die ganzen kriminellen alten Leute am Rulettisch stehen. Ich hab das auch gesehen. Oder auf der Kölner Domplatte. Wo so mittelalte Damen in Feinstrick Nordafrikaner antanzen zu Anna Haller. Und dann zack, Portemonnaie weg, Butterfahrt. Ganz, ganz schlimm. Die sind hartnäckig, ne? Die sind hartnäckig. Ein Albtraum. Die sind so hartnäckig. Es gibt sehr viele verstörte Marokkaner. Sehr viele verstörte Marokkaner. Nehmen Sie bitte die ältere Dame vom Knie. Ich werde dabei sein. Ich finde, das Thema ist zu Tode gewalzt worden. Kann man an dieser Stelle sagen. Genau, ich finde auch. Man sollte mehr trinken. Die Geselligkeit soll nicht zu kurz kommen. Ein großer Vorteil am Alter übrigens. Man kann mehr trinken und merkt genauso viel wie vorher. Aber es ist egal. Weil die Leute es aufs Alter schieben und nicht auf den Alkohol. So. Gut. Gut. Diese Frage geht sich jetzt gerade. Ich muss dazu sagen, ich kenne die Frage selber nicht. Wir alle kennen die Fragen nicht. Wir lassen uns hier überraschen. Hier steht zum Beispiel, das geht an die existenziellen Grundlagen unserer Sendung. Muss man auf jede Frage eine Antwort haben? Ja. Die Fraktion Pro sitzt rechts neben mir. Die Fraktion Kontra sitzt links neben mir. Ja, wir sind nicht nur dagegen. Wir sind nur dagegen, es überhaupt zu beantworten, oder? Totaler Blödsinn. Man muss immer was sagen. Gerade heutzutage guckt die Trump an, Erdogan, Putin und Co. Wenn man die klappe hält, hast du Unrecht. Du musst immer was sagen, scheißegal was. Man muss auch die ganze Zeit weiterreden. Man darf nie eine Pause kommen lassen. Man muss antworten. Weil wenn du Pausen machst, dann gehen andere dazwischen. Und wenn andere dazwischen gehen, hast du keine Redezeit. Deshalb reden, 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 reden. Ist auch vollkommen egal, über was du redest. Du könntest zum Beispiel dann Fragen beantworten. Ja. Wie zum Beispiel, sind die Veganer, sind die keine Veganer? In diesem Sinne ist es ganz, ganz wichtig, wenn es eine Frage gibt, beantworten. Immer. Dankeschön. Ich finde, es wird generell zu viel geredet einfach. Ich mache unglaublich viele Sachen wie, ist das Ihre Steuererklärung oder liebst du mich, beantworte ich nur mit so vagen Handbewegungen. So eine com si com sa Geste, das kommt sehr gut. Gerade bei ihm. Ein, zwei Mal und dann kannst du machen. Das war eher wie die offene Hand. Liebst du mich? Was hast du gesagt? Du kannst vage Gegensten bei allem immer gut anbringen. Ich würde die Frage erweitern. Ich muss sagen, ich habe auf jede Frage oft sogar zwei Antworten. Bis zum Ende der Sendung. Bleiben Sie jetzt sitzen. Denn jetzt kommt eine wirklich interessante Frage. Sollte man einen Ehevertrag abschließen? Wer von euch hat den Ehevertrag? Wer ist denn verheiratet? Mit nur einer Frau? Du bist verheiratet. Nein, ich bin nicht verheiratet. Wer ist denn verheiratet? Ist denn niemand verheiratet? Ich würde es nicht zugeben, weil meine Frau ist hier. Ja. Ja. Hast du einen Ehevertrag? Ob ich einen Ehevertrag habe? Ja. Ja sicher. Müssen den eigentlich beide unterschreiben oder kann man das hinterm Rücken? Ich kenne die Rechte der Frauen noch nicht so ganz, weil ich kenne die Rechte der Frauen. Ich finde es krass, dass sie jetzt auch so viel Gehalt bekommen sollen wie Männer. Es sind so verrückte Zeiten. Es ist ganz wichtig, dass man den Ehevertrag macht, bevor es einem gut geht. Ja das ist wichtig. Ja. Hast du es geschafft? Geil. Ja. Aber eigentlich ist es eine wahnsinnige Verschwendung, weil wir sind zusammen. Immer noch. Das ist ja schlimm eigentlich. Das nehme ich ihr dann schon wieder ökonomisch übel? Genau. Dass wir uns so gut verstehen. Ja das stimmt. Ich glaube ich trinke noch was. Ich würde solidarisch einfach allen Frauen raten, in Amerika zu heiraten und sich dort dann scheiden zu lassen. Da ist egal was los ist, gehört der 50 Prozent, wenn er alte Kohle hat. Also Ehevertrag. Wer mich heiratet, mit mir zusammenlebt, der hat sich jeden Cent verdient. Ich würde gar keinen machen. Ehrlich. Und trotzdem bist du für Ehevertrag. Hey Mann, tut mir leid. Und in den Adelskreisen, in den berühmten Kreisen, kriegen ja die Frauen auch pro Kind glaube ich auch Kohle oder so Wurfprämie nennt man das glaube ich dann auch. Kriegen ja doch 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 in Königshäusern, wenn es ein Sohn ist dann noch mehr und das ist doch großartig. Also ich finde das. Der eigentliche Zweck des Heiligen Bundes, der so entwertet wird. Ja absolut. Man lebt gemeinsam und ich meine Verträge sind sowieso nur dazu da, um gebrochen zu werden. Also nein, man soll sich bemühen, es so lange auszuhalten, wie es geht, ohne Hintertüre. Richtig. Und wir wissen alle, dass das gar nicht geht. Also das ist, wenn zwei Menschen zusammenleben wollen, die unterschiedlicher nicht sein können. Es ist eigentlich Unfug, aber es wird trotzdem immer wieder gemacht. Und wenn es gemacht wird, dann ohne Netz und doppelten Boden. Richtig. Dann müssen beide in die Saure abzuweisen. Deshalb auf keinen Fall ein Vertrag. Kein Vertrag. Kein. Kein Vertrag. Kein Vertrag. Nichts Schriftliches. Nichts Schriftliches. Nichts Schriftliches, ganz ganz wichtig. Mündlich, was man mündlich zum Weinen abspricht. Das ist. Nach dem Motto Mensch, klar kannst du hier erstmal wohnen. Na klar. Aber zieh doch mal die Bluse aus. So ungefähr. Allziehen. So und damit kommen wir jetzt wieder zu den Nieren. Wenn du zwei hast, kannst du eine ab 65 verkaufen, dann hast du 50.000 Euro. Das hält so bis 72. Dann gehst du langsam Richtung Lungenflügel, Niere, Leber, Teile davon. Dann fährst du mit dem Auto bloß um 30. Dann fährst du irgendwann mit dem Auto in die Richtung, aus der die Autos kommen. Aber dann ist ja auch nie ins Licht fahren, ganz wichtig. Nie ins Licht fahren. Ich will das nicht totreden, aber es ist ja auch ein gesellschaftlicher Prozess. Die Altersarmut, die droht, das ist ein gesellschaftliches Gesetz. Armut mündet immer in Kriminalität. Und wir wissen, Alterskriminalität kennt kein Morgen. Da können wir uns schon mal drauf einstellen, dass sich so ein Banküberfall dann fünf Stunden zieht. Ja, da wird es auch so No-Go-Areas geben, so Baden-Baden zum Beispiel. Durchschnittsalter 67, da traut sich ja kein Polizist mehr hin. Und die ganzen kriminellen alten Leute am Tisch stehen. Oder auf der Kölner Domplatte, wo so mittelalte Damen im Feinstrick Nordafrikaner antanzen zu Anna Haller. Und dann zack, Portemonnaie weg, Butterfahrt. Ganz, ganz schlimm. Und die sind hartnäckig, ne? Die sind hartnäckig, ne? Die sind hartnäckig, ne? Die sind hartnäckig. Ein Albtraum. Es gibt sehr viele verstörte Marokkaner. Sehr viele verstörte Marokkaner. Nehmen Sie bitte die ältere Dame vom Knie. Ich werde dabei sein. Ich finde, das Thema ist zu Tode gewalzt worden, kann man an dieser Stelle sagen. Genau, ich finde auch, man sollte mehr trinken. Die Geselligkeit soll nicht zu kurz kommen. Ein großer Vorteil am Alter übrigens, man kann mehr trinken und merkt genauso viel wie vorher. Aber es ist egal, weil die Leute es aufs Alter schieben und nicht auf den Alkohol. So. Gut. Diese Frage geht sich jetzt gerade. Ich muss dazu sagen, ich kenne die Frage selber nicht. Wir alle kennen die Fragen nicht. Wir lassen uns hier überraschen. Hier steht zum Beispiel, das geht an die existenziellen Grundlagen unserer Sendung. Muss man auf jede Frage eine Antwort haben? Ja. Die Fraktion Pro sitzt rechts neben mir, die Fraktion Contra sitzt links neben mir. Ja, wir sind nicht nur dagegen, wir sind nur dagegen, es überhaupt zu beantworten, oder? Totaler Blödsinn. Man muss immer was sagen. Gerade heutzutage guckt die Trump an, Erdogan, Putin und Co. Wenn man die klappelt, hast du Unrecht. Du musst immer was sagen, scheißegal was. Man muss auch die ganze Zeit weiterreden. Man darf nie eine Pause kommen lassen. Man muss antworten. Weil wenn du Pausen machst, dann gehen andere dazwischen. Und wenn andere dazwischen gehen, hast du keine Redezeit. Deshalb reden, 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 reden. Ist auch vollkommen egal, über was du redest. Du kannst zum Beispiel dann Fragen beantworten. Wie zum Beispiel, sind die veganer, sind die kleine Veganer. In diesem Sinne ist es ganz, ganz wichtig. Die klatschen hier einfach fröhlich drauf los. Es gibt Länder, da kriegen sie für eine Niere 50.000 Euro. Ja. Gucken Sie sich mal, hier sind einige Gesichter, die gerade anfangen zu rechnen. Das ist ein Mittelklassewagen mit selbst ein paar an einem Gedönse und sowas. Und wenn man die Familie gleich mitbittet, ist es sogar ein Luxusklassewagen. Das stimmt, da kannst du sogar noch die. Ja, finde ich nicht schlecht, das ist gut. Ich habe zwei Kinder, das sind 100.000 Euro. Und ihr seid dagegen, ihr würdet Organe nicht ins Grab nehmen. Ist das richtig? Wir gehen so weit. Und Olaf und Olaf Schubert sind gegen die Organe nicht. Wir sind dafür. Nein, ich auch nicht. Ihr seid selbstverständlich dafür. Wogegen bin ich jetzt nochmal? Ihr seid dagegen, Organe mit ins Grab zu nehmen. Also es gibt im Grunde genommen quasi einen Zwang, bevor du ins Grab gehst, wirst du ausgeräumt. Ja. Sozusagen. Wird das verkauft oder gespendet? Am Schrottplatz wird ja auch dann, wie nennt man das, ausgeschlachtet. Ja, aber wird das dann verkauft oder gespendet? Das würde ich noch ganz gerne wissen. Das kommt drauf an, ob es das Rote Kreuz macht oder die Caritas. Ich kann klar sagen, also wirklich, klingt engstirnig, aber ich gehe ohne meinen Penis nirgendwo hin. Nicht mal in die Grube. Und das ist gar nicht von mir, das ist von Paolo Coelho. Ein Originalzitat. Ich würde es nicht machen. Will ich nicht. Ich würde gerne meine Leber behalten. Die hab ich mir so schön breit gesoffen. Mit der möchte ich ins Grab gehen. Es wird ein bisschen ein Problem, weil ich möchte verbrannt werden. Ich glaube, bei dem, was ich getrunken hab, müssen mich erst mal drei Wochen zum Trocknen raushängen gehen. Genau. Aber ich bestehe darauf mit all meinen Organen. Und meinen Schuhen fällt mir auf, ins Grab zu gehen. Aber bei der Frau ist der Schuh ja ein Organ. Das wollte ich gerade sagen. Ich finde, die Schuhe sollten zum Organ ernannt werden. Wenn es doch einen Gott gibt, so einen Schöpfer, und du trittst da als total leergeschaufelter Eumel vor den Thron des Herrn. Ohne Augenpimmelpansen stehst du da. Was gibst du letztendlich für ein Bild ab in deinem Taco-Jogger? Das ist doch die letzte Scheiße. Ich sage, nimm. Es ist ein hartes Bild, aber letztendlich stimmt's. Das stimmt. Denkst du mal nach. Würdelos. Eins, bei den Ägyptern, die wurden ja dann mumifiziert, also zur Mumie gebastelt, die wurden ja auch quasi leer. Nur die Hülle. Und mir persönlich wäre es auch egal. Ich habe sowieso keinen Überblick, was da drin ist. Also insofern würde mir nicht auffallen, wenn was fehlt. Und wenn man einem Bedürftigen damit noch was Gutes tut. Eine Freude machen kann. Eine Freude machen, natürlich. Ihr habt mir eine Leber mitgebracht. Wie süß seid ihr denn? Oder einen Penis von Thorsten Sträter. Sollte nicht mal diskutiert werden, dass jeder ist eigentlich verpflichtet zu spenden, oder man kann dann halt Widerspruch einlegen. Das wurde doch so. Ich kann klar sagen, also wirklich, klingt engstirnig, aber ich gehe ohne meinen Penis nirgendwo hin. Nicht mal in die Grube. Und das ist gar nicht von mir, das ist von Paolo Coelho. Ein Originalzitat. Ich würde es nicht machen. Will ich nicht. Ich würde gerne meine Leber behalten. Die habe ich mir so schön breitgesoffen. Mit der möchte ich ins Grab gehen. Es wird ein bisschen ein Problem, weil ich möchte verbrannt werden. Ich glaube, bei dem, was ich getrunken habe, müssen mich erst mal drei Wochen zum Trocknen raushängen. Genau. Aber ich bestehe darauf mit all meinen Organen. Und meinen Schuhen fällt mir auf, ins Grab zu gehen. Aber bei der Frau ist der Schuh ja ein Organ. Das wollte ich gerade sagen. Ich finde, die Schuhe sollten zum Organ ernannt werden. Wenn es doch einen Gott gibt, so einen Schöpfer. Und du trittst als total leergeschaufelter Eumel vor den Thron des Herrn. Ohne Augenpimmelpansen stehst du da. Ich meine, was gibst du letztendlich für ein Bild ab in deinem Taco-Jogger. Das ist doch die letzte Scheiße. Ich sage, nimm. Es ist ein hartes Bild. Aber letztendlich stimmt es. Das stimmt. Denkst du mal nach. Würdelos. Eins, bei den Ägyptern, die wurden ja dann mumifiziert, also zur Mumie gebastelt. Die wurden ja auch quasi leer. Nur die Hülle. Und mir persönlich wäre es auch egal. Ich habe sowieso keinen Überblick, was da drin ist. Also insofern würde mir nicht auffallen, wenn was fehlt. Und wenn man einem Bedürftigen damit noch was Gutes tut. Eine Freude machen kann. Eine Freude machen. Natürlich. Ihr habt mir eine Leber mitgebracht. Wie süß seid ihr denn? Oder einen Penis von Thorsten Sträter. Sollte nicht mal diskutiert werden, dass jeder ist eigentlich verpflichtet zu spenden? Oder man kann dann halt Widerspruch einlegen? Das wurde doch sogar politisch mal diskutiert, oder? Ja. Fände ich super. Dass man einen Spruch einlegen muss. Jetzt wird es richtig ernst, oder? Dass man einfach von vornherein sagt, ja komm, jeder gibt immer alles. Es sei denn, du sagst, nein. Man muss sich explizit im Internet abmelden. Ist das schon so weit? Nein, so müsste es sein. Achso, ja richtig. Nach dem Motto, Freunde, ich bin raus. Also aus der Organspende, nicht aus dem Internet. Und ja, finde ich gut. Ja, oder du kannst es dir aussuchen. Jeder sucht sich ein Organ aus. Und dann sitzen die bei so einer zentralen Sammelstelle, machen so einen Umschlag auf. Scheiße, schon wieder einen Blinddarm. Sowas, das fände ich lustig. Aber ich glaube, dass es nicht so ist jetzt weiß. Das wäre auch spannend. Und ich bin ja katholisch erzogen worden, also katholisch zugerichtet sozusagen. Glaube aber an Wiedergeburt. Meine katholische Mutter übrigens auch. Und wenn du jetzt quasi ausgeräumt wirst, also organmäßig und wieder geboren wirst, von wem kriegst du dann die Organe? Wir haben das Feld des Glaubens betreten. Und es wird doch sofort still. Es wird doch total eisig. Ich merke das selber auch. Als du schon gesagt hast, du bist katholisch, habe ich schon gemerkt, die ersten Leute sind uns weggebrochen. Eigentlich passt das schon sehr, 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 sehr gut zur nächsten Frage. Ich bin voll bei dir. Ich glaube, das assoziiert so. Tittenkofen hört sich wie ein ostdeutsches Angebot an. Und ich frage mich, wer am Tisch es hier gemacht hat, offen gestanden. Ne, willst du Tittenkofen? Ja. Ich glaube. Den habe ich noch nie gehört. Noch nie. Wenn ich jetzt mal in Ohren gekommen bin. Ja, aber ich habe noch nicht darüber nachgedacht. Deswegen. Ich finde, das wird fehlen. Der Präsident heißt immer so, ja, das ist ein starker Mann, der hat einen Fehler begangen und dann war er stark genug und hat es gebeichtet. Das war ein schlechter Lügner. Ne, es war vor dem Schaden klug sein. Also ich meine, nein sagen, wenn es drauf ankommt. Ich meine, wir kennen es doch. Wenn sie dich fragt, hattest du was mit einer anderen? Nein. Da musst du nein sagen. Ganz wichtig. Da musst du nein sagen. Naja. Es kommt immer aufs Timing an. Aber noch stärker ist man natürlich, wenn die... Ne, da hast du Unrecht. Alles ausprobieren, weil erst dann kannst du ja wirklich befreit zurück zu deinem Partner sagen, also hingehen und dann sagen, ich habe alles ausprobiert, aber du bist es. Ansonsten hast du immer diesen Zweifel. Gib es da draußen noch irgendwen. Alle ausprobieren und dann zu Hause stehen. Wir müssen jetzt erstmal noch warten, weil es juckt. Aber irgendwann bin ich nur für dich da. Okay. Das ist ja lustig. Ich finde, diese Sexualität ist moralisch so aufgeladen. Das müssen wir mal entladen. Ja. Du bist so ein plastierter Arsch. Es ist natürlich schon so... Es wird immer technischer. Nur durch diese ganze 50 Shades of... 50 Secrets of Grey. Wer war das denn? Wer war das denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich finde ja, es sollte ja nicht nur der Lust gewinnen, es sollte ja auch der Zeugungsakt wieder mehr ins Zentrum des Covid-Huses rücken. Das ist ja auch Kommunikation. Also ich meine, wer miteinander schläft, sprengt sich nicht. Okay, ist zu weit. Das ging ja auch der Völkerverständigung. Sex statt Terrorismus. Ja. Also wenn eingewilligt wurde. Nein heißt nein. Richtig. Ein Armabstand. Das wird für viele eine Umstellung sein. Aber wenn sich das jetzt... Wenn sich das durchsetzt, ist viel gewonnen. Nee. Doch. Wir müssen einer Meinung sein. Nein heißt nein. Genau. Wenn sie fragt, bist du fremdgegangen? Nein. Und dann heißt nein heißt nein. Genau. Da kann man den Spruch durchaus wieder anbringen. Genau. So schließt sich der Kreis. Wenn man dann nämlich sagt... Moin. Das ist keine gute Antwort. Nee, nee. Da knallhart sofort sagen. Da hatten wir doch auch die Frage. Sollte man immer eine Antwort haben? Ja. Sollte man einen Seitensprung beichten, war die Frage. Ja. Nein. Also ja, das war die Frage. Aber immer nein sagen. Bist du fremdgegangen? Nein. Was soll die Frage? Und ihr dann...